Musik Herzlich Willkommen zum Filmabend zwischen den Jahren. Am 28. Dezember werden im Parrenunterglauchheim bei Punsch und Gebäck zwei Filme gezeigt. Um 18.30 Uhr läuft die Konferenz der Tiere. Der Film ist ab 0 Jahren freigegeben und erzählt die Geschichte von Tieren in der afrikanischen Savanne auf der Suche nach dem Wasser, das sie dringend zum Überleben brauchen. Eine heilsbrecherische Suche und ein Riesenabenteuer beginnt. Um 20 Uhr läuft der Film hin und weg. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben. Es geht um Hannes und seine Freundin, jedes Jahr eine längere Fahrradtour zu unternehmen. In diesem Jahr ist Belgien das Ziel. Was aber niemand weiß, Hannes leidet an einer schweren Krankheit. So macht sich die Gruppe auf den Weg und erfährt viel über den Wert des Lebens. Also, herzliche Einladung zum Filmabend zwischen den Jahren. Am 28. Dezember. Die erste Vorstellung ist um 18.30 Uhr. Die zweite um 20 Uhr. Auf Willkommen freut sich die Gemeinschaft ehemaliger Männischrand. Und der Eintritt ist natürlich frei. Dramatische Musik Dramatische Musik Untertitelung des ZDF, 2020